Hallo zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC, heute auf der Formnext und wir sind auf dem Stand von Trumpf, neben mir der Dominik Maurer und wir wollen uns mal anschauen, was sich hier hinter uns befindet und was so die Innovationen hier auf der Formnext sind und würde ich die Frage direkt an Sie richten, Herr Maurer. Was haben Sie uns heute mitgebracht? Ja, vielen Dank. Erstmal hallo, herzlich willkommen auf unserem Stand. Wir haben heute die Droprint 3000 auf unserem Stand mit einem Facelift. Wir haben zweimal 700 Watt Laser mittlerweile. Die Option, den Laserstrahl zu defokussieren für eine noch höhere Produktivität und auch die Option, die Bauplatte zu kühlen, insbesondere zum Beispiel für Aluminium, um eben die mechanischen Eigenschaften direkt nach dem Prozess zu optimieren. Das ist, was wir maschinenseitig hier haben und ansonsten haben wir jede Menge, insbesondere Serienteile. Da ist unser Fokus drauf in verschiedenen Branchen, sei es Bike-Industrie, Semicon, Medical, also durch die Bank verschiedene Serienapplikationen. Wahnsinn, also extrem viele Branchen, die mit abgedeckt werden können, Materialien. Was haben wir hier für ein Material aus Interesse? Das ist jetzt Alu mit einer Schichtstärke von 60 µ. Eines der sehr häufig verwendeten Materialien. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auf ALSI 10 Mg auch einen Demonstrator hier mit 1,4 Kilowatt. Das ist keine Standardmaschine, aber da zeigen wir, es gibt auch die Option, mit noch mehr Laserleistung deutlich höhere Produktivitäten zu erzielen. Wahnsinn. Ja, vielen Dank für den kleinen, kurzen Einblick und ich wünsche ganz viel Erfolg auf der Formnext. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.